Moin Leute, in diesem Video möchte ich euch einmal die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten hinsichtlich des Displays zeigen. Die grundsätzliche Einstellung ist an sich schon schön. Und dann habt ihr noch weitere Einstellungsmöglichkeiten über Armory Crate. Allerdings konnte mich keins von diesen wirklich zufrieden stellen. Klar, ihr habt da einen Regler, wo ihr die Farbtemperatur noch ein bisschen anpassen könnt. Dann habt ihr verschiedene Modi, die gewisse Situationen am besten darstellen sollen. Aber irgendwie fand ich das nicht hundertprozentig optimal. Bei diesen verschiedenen Modi finde ich, dass der jeweilige Pepp hinter den Farben einfach fehlt. Vor allem, wenn man vom Steam Deck kommt und dann das Decky Loader Plug-in Vibrant Deck genutzt hat, merkt man doch schon einen gewissen Unterschied. Das Gute ist allerdings, dass ihr über die Software von AMD genauso viele Einstellungsmöglichkeiten habt und den Display entsprechend anpassen könnt, unabhängig von den Voreinstellungen von Asus. Dazu müsst ihr einfach nur die Software von Asus öffnen, entweder dort unten rechts oder über die Suchleiste, in dem ihr AMD schreibt. Wenn sich das Programm dann geöffnet hat, drückt ihr oben rechts einmal auf das Zahnrad und dann geht ihr auf den Reiter Anzeige. So, hier könnt ihr Very Bright im Zweifel noch ausschalten. Das ist standardmäßig eingeschaltet. Ich finde, das verwischt das Ganze so ein wenig, deswegen habe ich es ausgeschaltet. Und dann die Modi findet ihr hier bei Benutzerdefinierte Farben. Dort setzt ihr den Haken rein und dann habt ihr hier allerlei Möglichkeiten, die Einstellungen anzupassen. Mein persönlicher Favorit ist, wenn ihr die Sättigung auf 135 bis 150 setzt. Ein Wert dazwischen ist meiner Meinung nach ausreichend. Ihr bekommt dann eine Displayqualität, die einem OLED schon wirklich sehr nahe kommt. Ihr könnt aber mit den ganzen Möglichkeiten ein wenig herumspielen, so wie es euch am besten gefällt. Meine Empfehlung ist, wie gesagt, einfach nur mit der Sättigung ein wenig herumzuspielen. Ansonsten passt der Rest, finde ich, eigentlich ganz gut. So Leute, das soll es auch mit diesem Video gewesen sein. Ich wollte euch einmal zeigen, welche Auswahlmöglichkeiten ihr hinsichtlich der Einstellung des Displays habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.